Willkommen zurück liebe Freunde zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 1 in the Name of Tsar. Diese Folge ist nochmal der Rush-Modus, weil ich euch jetzt gerade hier, ich bin gerade in so einem Loop, wo ich diese ganzen neuen Maps bekomme. Loop Core Plus, ja da sind wir jetzt unterwegs, es ist sehr eisig, brrr. Und diese Map habe ich auch schon gesehen auf der Gamescom, ja und die gibt es ja schon länger ein bisschen zu bestaunen. Die gab es ja schon in den ganzen anderen Videos zu sehen von den ganzen anderen YouTubern, aber ich denke mir natürlich muss ich die auch zeigen. Wir sind ja gerade dabei, eine Aufgabe hier zu erfüllen und diese Aufgabe besagt, dass wir uns hier diese Waffen freischalten wollen. 83, ihr seht, wir müssen hier noch manche Aufgaben erfüllen, wo waren das? Hier 34, 40 Truppeilungen, irgendwo war das? Ah genau, hier erziele 40 Kills und führe 30 Truppewiederbelebungen durch im Squad und dann kriegen wir eine richtig schöne Waffe. Wir sind auch in einem Trupp drin und würde ich einfach mal sagen, dann machen wir direkt Ready to Rumble hier und gehen los. Das ist eine sehr schöne Map auf jeden Fall. Ich finde, wie gesagt, die ganzen Schneemaps geil. Ich finde es so schade, dass wir bei Battlefield nie Nachtmaps einbauen, ey. Das gab es mal Battlefield 4, aber Battlefield 1, doch da gab es ja zwei Nachtmaps, schümmt ja, ich affe. Aber so eine Schneemap im Dunkeln, ey, das ist auch geil. Aber die beiden Nachtmaps habe ich euch ja auch schon gezeigt. So, wir sind auf der Seite, wir sind Verteidiger und dahin kommen sie schon alle. Aber warum sollen wir die Russian, ich meine, Russian, verstehst du? Wir sind ja Verteidiger, mach die Bude wieder zu. Boah, schön warm, ich hoffe, hier ist eine Heizung drin. Aber ein schöner Ofen, da hauen wir mal ein bisschen was rein, ne, damit das auch läuft. So, der Ofen ist an. Ah, und jetzt erst mal wärmen, oder? So, hier liegt einer, den helfen wir mal eben. Wie soll ich dir denn helfen? Ja, danke fürs Blocken, auch wer immer das war. Ich geh nur den Ofen machen und den Kamin anmachen und werd direkt weggeballert hier, weißt du? Das ist nicht einfach im Leben hier. So, die letzten Runden haben wir immer gewonnen und hatten auch eine relativ gute KD. Dann gucken wir mal, dass wir uns da ranknüpfen können. Okay, jetzt steht mega unter Beschuss, dann spawnen wir mal lieber selber. Das ist nicht gut. Oh. Ja, Junge, mein Nickelchen. Oh, Alter, sag doch mal. Ja, wie soll er denn noch was sagen? Oh, holt mich jemand wieder? Ist das so nett? Zwei Medics? Ja, sicher. Nice. Und ich bin wieder weg. Nein, ich lebe noch. Oh, ich muss mich selber halten. Ich brauche mal eigentlich die kleinen Sanitästaschen, das ist besser. Ich lasse ihn nicht liegen, Junge. Lass niemand liegen. Ah. Stop. Wir brauchen euch alle. Wir machen lieber zu, die Scheiße. Wo kommt die denn nach oben, oder was? Oh. Oh. Ich hoffe, die aktet. Schau, Junge. Oh, Alter. Ist bestimmt eisig kalt hier durch. Oh. Scheiße. Aber wir machen das Beste, Leute. Wir holen unsere Männer zurück. Wir lassen niemanden liegen. Wir sind der beste Magic in Battlefield 1 überhaupt. Wisst ihr ja, ne? Zielberta verloren. So. Ein Zielberta ist verloren. Ja, geil. Hansi hat's raus. Geiler Name auf jeden Fall. Hansi, ey. Spitzenmäßiger Titel hast du da auf dem Konto. So. Äh. Wir können nirgendwo spawnen, weil die gerade alle noch im Kampf sind. Aber ich würde gerne spawnen, weil ich könnte ja wiederbeleben. Aber äh. Beim Spy Ranch würde ich gerne spawnen. Aber es geht nicht. Nein. Oh, er ist gestorben. Oh, Spy Ranch ist nun Geschichte. Schade drum. Armer Kerl. So, A ist immer noch die Mega unter dem Schuss. Aber wenn wir es halten können, ist er gar nicht mehr so schlecht. Kommt von den Bergen, das ist das Problem. Aber nicht nur. Klar, der Verbrennt und Überlebt bleibt. Warum auch nicht? Egal. Komm her. Scheiß drauf. Ah. Boah, überall Sniper, alles hier. Ey, das ist natürlich wie oft präsentiert, Heller. Oh. Rückzug, mein Erlückzug. Das hat hier keinen Sinn. Mega Beschuss. Sie hat von da drüben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, keine Chance. Alter, alter. Der Punkt ist natürlich jetzt mega kritisch, weil er mittendrin liegt. Und die von allen Seiten nach Fronten können. Das war natürlich. Ich kann die Oma auch aufs Gebirge gehen und runterballern. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, von dem Punkt. Ob der so gut platziert ist von den Entwicklern, keine Ahnung. Weil, ich mein. Guckt es euch an. Oh, fuck ey. Was war das, Spezialklasse? Nee. Oh shit ey. Okay, gerade kriegen wir richtig eins auf den Deckel. So. Der Minigun, alter. Der geht ab. Ich spaw mal hier. So. Wir haben sie leider verloren. Wo? Ich hab keine Ahnung. Ich hab das Pferd im Band gesetzt. Sorry. So. Okay. Schwierige Nummer. Schwierige Nummer hier. Jetzt. Kommt rein noch ein Zug. Der Feind rückt vor. Koordinaten des Feindes wurden an unserer Artillerie übermittelt. Man sieht halt einfach, wenn... Das war knapp. Danke auch an den, der mir den Arsch rettet hat. Ich find Sniper, ich muss zurückgehen. Ich muss jetzt hier nicht mit in den Kampf gehen. Ich muss mir da oben im Wunderschönen... Oh ja, sicher. Hey, was ist das denn hier? Achso, E. F. Ein Rainbow. Bitte, schau, ich steht da hier. Ja, 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 Leute. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha entschärft. Oh, haben wir ein Battlepack gekommen, war? Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Wobei, ich find die Map aber echt geil gedesignt. Mit dem Schnee und sowas sieht unnormal nice aus. Wär auch ein Flugzeug drüber, guck mal. Alter, ich hab's mir... Ich hab grad noch Steps, ich hab's grad noch gehört, Leute. Ich hab grad noch gedacht, jetzt kommt mir schon gleich einer. Und da kam er. Okay, die sind grad richtig gut am Pushen, die Jungs. Ich muss mal den Versorger auspacken. Damit reißen wir immer Watt ein bisschen, zumindest. Ja, Alter, du brauchst Muni, ne? Ich hab leider keine Muni dabei, wie ätzend. Okay, sorry. Oh, nice. Ich hab endlich mal mit dem Mörser einzustellen. Die liegen hier ungefähr. Gut befördert. Oh! Ey. Aber das ist gut, dann kann ich mich am Munitionspack nehmen. Bei Medic. Oh, die Pländen, Alter. Wo sind denn unsere Jungs hier gerade? Die da oben drauf, dann sind die alle tot. Umsatzziel, Bertha, entschärft. Munitionstasche ist besser, weil die fliegt schneller. Und weiter. Die müssen eigentlich da hochgehen, dass scheiß Ding immer unter Brand setzen. Das wäre doch ne Möglichkeit. Oh, 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 oh. Killhilfe? Noch nicht, der lebt immer noch. Wir haben jetzt ne ganz spannende Nummer hier. Okay. 42 Tickets, Leute. Alles machbar. Wer ist down? Komm, 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 komm. Nice. Den Stablefish haben wir geholt. Muss das Ding immer wieder im Auge haben. Ich versuche, von der Brücke zu preschen hier. Was ist das, was ist das? Wir müssen einfach weiter, man. Weiter so. So ist es eigentlich unmöglich. Okay. Ich versuche mal die Nummer zurück. Es sind auch immer noch 34 Tickets. Die beleben sich halt immer wieder. Das machen die gut. Hängt der da unter der Brücke, ey. Wir müssen nur auf die Seite, auf die linke Seite. Ja. Ich hoffe, der ist bei... Oh, 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 oh. Das war knapp. Na gut. Okay, jetzt kommen sie. Unter, unter, unter. Die linke Seite machen wir halt Sorgen. Wir haben sie wieder zurückgedrängt. Sehr gut. 24 Tickets noch. Es ist... Es ist machbar, Leute. Machbar. Komm, 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 komm. Oh, shit, Leute. Boah. Der Sniper. Wo ist der? Muss irgendwo in den Wäldern sein. Ja, da war er. Aber natürlich, du kannst dich auch gut tarnen hier, ey. Aber ich hoffe, unsere Jungs sind immer noch da oben drauf. Okay, nice, 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 nice. Komm, oh, shit, der steht da unter Beschuss. Ah, okay, B sieht das ganz übel aus. Wir müssen jetzt von hinten kommen. Boah, Alter. Ja, gut. Das ist manchmal das Risiko, wenn man bei seinen Kollegen spawnt. Mann, 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 mal einen Spot nehmen. Da, da, rechts. Sollen die Marker setzen. Ach, als ob die sind echt durchgekommen. Ich fresse einen Besen. Okay, da müssen wir jetzt irgendwas machen, Leute. Nice, nice, einen haben wir noch geholt. Okay, die müssen das Ding... Oh, mein Gott, es geht hoch, oder? Ah, scheiße. Boah, zwölf Tickets. Alter, wie knapp. War eine knappe Kiste zwölf Tickets. Und die haben das Ding dennoch geholt, ey. Krasse Nummer hier. Ah, ja. Okay. Müssen wir jetzt halt verhindern. Wir haben bis jetzt alle Runden gewonnen, die hier vom DLC sind. Komm, dann müssen wir weiter dran halten. Die Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Okay, da hinten kommen die schon. Der Feind rückt vor. Ei, 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 ei. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Da geht schon Medic hin. Und wir müssen dieses Pferd hier. Okay. Frage hat sich somit erledigt. Alter. Was ist hier los? Oh man, jetzt haben sie die halbe Hüppe weggesprengt. Dein Ernst? Wie ging das denn jetzt? Oh Leute. Er schenkt. Komm, komm, komm. Ich bin durch eine Signalpistole gestorben, Alter. Wie krass ist das denn? Bester Program. Und auch hier haben wir die Punkte wieder verloren. Ach du Scheiße, Leute. Das ist absolute Katastrophe. Haben die gut gemacht. Das muss man den so lassen. Jetzt geht es richtig hoch in die Berge. Oh, es wird immer kälter. So. Okay, okay, okay. Jetzt voll Fokus, Leute. Hansi hat es raus, ist halt immer noch die Hoffnung. Habt ihr, ichke. Das Geil ist, man kann es hier oben überall schön hin platzieren. Alter, wie das aussieht, ne? Ich werde aber grafisches Spiel echt geil. Von Amphosphäre ja auch. Ich bin da über den Pass da unten. Bede Gieß. Na, was geht's? Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Machen wir euch jetzt nicht den Sniper. Oh, hier ist einer auf dem Weg hin. Ich höre das Zapps. Oh, hier ist einer auf dem Weg hin. Das haben wir nicht. Warum habe ich jetzt nicht die Sniper, ey? Wie abfuckend. Okay, ist voll ruhig hier. Was spawnen die denn jetzt alle? Wir versuchen mal, in deren Rücken zu fallen. Mist. Mist. Oh mein Gott, eine Sekunde später und wir hätten so alt, eine Sekunde Leute, alter wie ärgerlich, ist das fucking ärgerlich, Leute. Oh mein Gott. War eine erhöhte Posi, ey. Wo bin ich vorhin nochmal? Von hier habe ich genau einen Blick auf B. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Kommt, kommt, kommt Leute. Kommt Leute. Kommt, 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 kommt. Kommt, kommt, kommt. Die Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Oh mein Gott. Was geht hier ab, ey? Ich muss gerade erstmal gucken. Das haben wir nicht. Fuck. Was? Oh. Wir haben einen Sprengsatz an Einsatz Zielwerter platziert. Komm, 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 komm. Nice. Ja, Smoken ist für den Sniper sehr gut. Schau. 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 Einfach mal. Ich hab nicht mehr so viel Munition. Ich weiß nicht, gar nichts mehr. Jungs. Go. Komm, laden nach, der will blinden. Komm, komm, komm. Es sind nicht mehr viele, 19 noch. Nice. Ich kann nachladen. Boah. Posi wechseln. Scheiße. Das ist nicht gut. Ja. Aber wir haben ja ein bisschen supporten können, auch wenn wir nicht viele gekillt haben, aber war schon wichtig. So, eigentlich müssen wir das nochmal. Das hat gut geklappt. Komm, 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 komm. 16 noch, komm. Mach kein Scheißspiel. Go. Oh, go, 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 lauf, lauf, lauf. Oh nein. Einsatzziel Werther platziert. Aber wir haben es wieder, wir haben es wieder. Sprengsatz an Einsatzziel. In Scharf. Alter. Okay. Okay, 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 okay. Elf Tickets. Komm, 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 komm. Nicht aufgeben, nicht aufgeben, Leute. Komm, komm, komm. Nice, 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 nice. Sie müssen planten. Wir nehmen, äh, Brandgranate. Ja, perfekt. Komm. Lass mich spawnen. Lass mich spawnen. Setz das Ding mit ne Brandgranate rein. Okay, ich kann nicht. Boah. Alter. Sieben Tickets noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Ganz hauer. Aber ich glaub, äh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er kommt da erst, ne? Ja, komm. Ey, wenn die das Ding jetzt noch planten. Hört auf zu... Oh nein. Fuck, auf die. Go, go, go. Kommst nicht ran. Oh. Leute. Zwei Tickets noch. Ah, Leute, Leute. Zwei Tickets noch. Als ob. Ey, sag bloß, das Ding geht jetzt hoch. Danke. Ey, das Ding ist immer noch am... Klingeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir verlieren uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Und wir haben uns das beste Trupp geschafft. Ja, Leute. Das war Battlefield 1 für heute. Wenn ihr wollt, dann gibt's die nächste Episode übermorgen. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zusehen und tschüss. und schだけ aber auch noch ao. Mögg herein. Bis zum nächsten Mal. Boom. Du Terdzier. Tschüss. Johann.